Schöne Bescherung in Forge of Empires! InnoGames macht mal wieder etwas, um mehr Leute dazu zu bewegen, sich im Forum anzumelden. Einerseits bekommt man durch das Forum viele Informationen und kann dort auch Fragen stellen. Andererseits kann man, wie beispielsweise jetzt, nette Preise gewinnen. Der aktuelle Wettbewerb läuft bis Heiligabend. Jeden Tag wird ein Gewinner gezogen, am letzten Tag sogar fünf. Man darf täglich nur einmal teilnehmen und um 20 Uhr wird dann jeweils ein Gewinner ermittelt. Einige Preise erhält man im Spiel, andere Preise werden per Post nach Hause geschickt. Dazu gehören beispielsweise die InnoGames Powerbank, die InnoGames Tasse und das Forge of Empires Mousepad. Zur Teilnahme einfach den Spielernamen, den Namen der Welt und den gewünschten Preis angeben. Vielleicht gibt es ja dann um 20 Uhr den ersehnten Gewinn. Und die InnoGames Powerbank, die InnoGames Powerbank, die innoGames globeschicht, die InnoGames�ainin. Und die InnoGamesase, die InnoGames hat noch nicht gewünschten Preis genie, wenn es nicht mag, die InnoGames glowt. Vielen Dank.